hallo leute willkommen zu herren heim ja ich bin nicht in ihr kurzer metro wir spielen heute den den ziel der ddc los geht's spaß mal beiseite kommt zurück zu herren sein wir haben letztes mal diesen retro freigeschaltet zusammengepasst mit dem retro skin passt natürlich wie angegossen ich bin schon die grafik an wie es aussieht ist es nicht wunderschön nein ist es nicht wir sollten zwar weg tun oder nehmen wir mal irgendwas vernünftiges schon viel besser oder naja neben das seine das ist das auto etwas für menschen verfalle gestattet hatten oder vorletztes mal weiß nicht mehr auf jeden fall wollen wir heute zumindest was der plan wollen wir heute der bildstudio auf der frisch abschließen und dazu finden noch zwei level ein community level und der falle boss zwei vögel mit einer klappe schlagen besiege beide regisseure wow ok ich würde sagen das war direkt hier passiert viel aber bleibt am ball vergiss nicht kleine lieber den schaffner in der hand als einen gruß auf dem dach ok danke und tatsächlich kämpfst gegen beide ich glaube im story mode ist es normalerweise so für wen man sich halt entscheidet wer diesen kampf gewinnt für den kämpft gegen den kämpft man auch ich habe mich damals für den schaffner entschieden und hier ist es egal wo man sich entscheidet man muss wohl gegen beide kämpfen also ein doppelter boss kampf und ich habe schon angst wegen no hits ich ja wir werden aber sehen ich lass die texte mal anfühlen diesen boss kam einfach weil wir die texte von grus ja noch gar nicht kenne hierfür ok jetzt go die musik ist cool der remix wow das ist viel zu viel was hier abgeht ich habe gar nicht mehr mit ok getroffen und der andere aber verdammt zu spät ok keine ahnung getroffen ok schön es ist so viel chaos aber okay und andere waren beide auf einmal müssen wir hier bei der zweite phase die dritte fahrer ist sogar schon der hell ist ja richtig schnell und die musik richtig auf aber ich weiß nicht was du die machen musst einfach ausweichen was seid ihr nein oh gott ich brauche herzen herzen die musik ist richtig cool vielleicht bin es auch nur ich aber ich feiere die musik richtig ich habe nichts gesehen ich habe nichts gesehen ich gebe euch das ich sehe nichts oh beide mit ihren messern ok das müsste jetzt die nächste phase nochmal sein ich bin mir sicher der backbone ist ja doch das ist die letzte phase da kamen die autos dazu kann man sich verstecken nein das kann nicht so gut ausweichen ne das ist nicht so schwer ok zeitlupenhut ist hier glaube ich eine richtige taktik oder auch nicht hallo ich behalte mal den zeitlupenhut vielleicht wird da doch noch hilfreich ok not bad das ist halt richtig schwer jetzt oh ich konnte nichts machen ich konnte legit nichts machen ja was sollte machen ich habe richtig angst bei laut hilt wenn das so challenge wird weil ich habe keine ahnung wie ich dieser messerattacke ausweichen ja ganz toll ja hier wie jetzt nein ich kann nichts machen ich bin dort was hat mich überhaupt getroffen was hat mich überhaupt getroffen ist doch schon die letzte phase scheint so mhm oh ich habe mich so gut angestellt nicht auszuweichen halt bitte nicht bitte nicht die messer die können mich oh gott ich muss mein maul halten nein das könnt ihr nicht machen ja zweite phase ist auch nicht schwer also nicht mehr jetzt habe ich es drauf dritte phase verstehe ich nur überhaupt nicht vor allem der letzte angriff unlucky einfach unlucky okay not bad not bad wo ist andere hab ich nicht gesehen den dj google hast du nicht gesehen cool dankespiel ohohoho der mega flug jetzt das hier verstehe ich nicht nein ich sehe nicht ohohoho hä was war das denn gerade what der hell was andere hallo oh was war das denn ach komm wegen so einem dummen glitch verliere ich jetzt ich kann hier aber chillen solange dieser angriff passiert immerhin das weiß ich jetzt mittlerweile toll oder toll oder hier kann man chillen wenn der angriff los geht sehr sehr wichtig zu wissen wie hat mich das noch getroffen einen muss ich jetzt zumindest treffen das ist sehr wichtig das war alles umsonst das verstehe ich nicht spring ok ok autos und besser nein ich oh ich fände direkt in die mitte geschleudert auch gut macht nicht so gut ich sehe halt wieder nichts ich sehe halt wieder nichts ja ich kann was soll ich machen ich verstehe den kampf nicht mir fällt aber gerade auf dass das hallo ich habe mich noch getroffen das ist das allererste mal dass die zusammenarbeiten die beiden die hassen sich ja eigentlich übelst ja ja jungen entspann dich doch ach digger immerhin noch getroffen aber es ist vorbei das kann ich halt nicht mehr gewinnen weil das Messer mich jetzt killlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll NOOOOO NOOOOO nein NE shell BA quelqueZ Kadja wo ist der andere NEIIIIIN wo ist der ist er noch nicht runden PR дол er ist egal nichts gibt komm ja Letze hurricane ich bin nicht durch Ich dachte, das wäre jetzt eine Phase. Schau mal nicht. Oh Gott, was jetzt? Was, jetzt rennen sie weg? Ich kann einfach hinterher fliegen. Was passiert denn jetzt nochmal? Ich habe es voll vergessen. Rasierkling? Ich mache nichts. Oh, ich bin geheilt. Danke, Spiel, dass du mich heilst. Oh mein Gott, danke, Spiel. Was passiert hier? Ich habe einen Timer. Okay, ich muss kurz Klappe halten. Ich muss kurz konzentrieren. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Okay, einen habe ich. Den anderen habe ich auch. Sind sie dort? Nein, natürlich nicht. Habe ich ihn? Jetzt? Nein. Der andere rennt wieder weg. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Bam. Der andere, der andere, der andere. Oder auch einfach nochmal ihn. Keine Ahnung. Irgendwem. Oh, zack, zack. Nice. Noch eine fünfte Fasse. What the hell geht hier ab? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ehrlich nicht. Höh. Die Armee. Aber es läuft ziemlich gut. Bei der Zeit geht das. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich noch genug Zeit. So lange kann doch der Kampf nicht sein, oder? Oder? Ähm. Ich bin dort. Habe ich gewonnen? Ich habe eingetötet, glaube ich. Wo ist der andere? Oh, oh, oh. Oh, oh. Hier waren wir vorhin, ne? Ja. Jetzt ist es ein Time-Leviz. jetzt muss ich konzentrieren jetzt greifen beide geistert nicht an mit den vögeln ja muss beide tüten übrigens weiß dass ich offensichtlich war greife ich jetzt den anderen an ich weiß nicht mal wo der ist wer ein habe ich jetzt aufpassen kann ich machen er lebt noch ich habe es ich habe es bitte spielen bitte lasst mich das nicht no hit machen bitte sonst gebe ich auf keine challenge geschafft das kann nicht dein ernst sein ist noch ein deadbit studio level und was das münze der niacusa metro ok das ist die c das waren wir mal ein andermal aber okay gut zu wissen ok es ist zum glück ist es kein no hit was ist das denn gewinne mit mindestens 100 sekunden verbleibend oha ok attackieren nur einen register bis zum ende muss man nicht beide angreifen ok ganz vergessen mein outfit also meine belohnung abzuholen parade outfit das sieht dann beide so aus das kennen wir ja schon normale hut ist auch der hier ja ist ganz lustig auch wie es rum wackelt wird ganz lustig aber es ist nett jetzt stechen sie die erste challenge ich versuche ist nur einen anzugreifen und den anderen halt ganz am ende zu quillen wenn der andere punkt ist und ja danach versuche ich die speedrun methode da ich habe ihn gehört alter und das habe ich alter nein und das habe ich dann auch noch getroffen vor allem aber gut geheilt das heißt die fast freunde ja würde man an der phase geheilt nimm das amoros outfit das habe ich leider nicht so leid ich habe es nicht freigeschaltet gibt es locker eine mod für in dem spiel bei der kann man skippen aber ich stehen bleiben cool oder ich kann die attacke nicht ausweichen wo ist ja ich kann generell diese phase überhaupt nicht habe ihn nochmal 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 ok nett was sollte das ich war nicht ansatzweise in seiner nähe wieso hat er ihn anvisiert das ist sehr schlecht da kann ich nicht angreifen jetzt nächste phase natürlich nicht der andere ist noch da oben aber jetzt nächste phase ok das ist die schwierigste phase danach wird man voll geheilt und alles das ist noch nie passiert so waren wir dann uns verrund ruhig ich habe es komplett aus wenn dann noch mal mal den anderen tut auch so und ich habe mich dafür entschieden den game anzugreifen alter ich habe ich nicht gegeben wie geil ich habe es noch nie bekommen ich habe mich dafür entschieden den game anzugreifen hallo also ich war da hinten hinter der kolossist das ist was wieso nicht geskippt nein das ist ein bug lol das ist ein bug das soll dann nicht passieren dass der mega lustiger bug Das ist eigentlich nicht so gedacht, dass der Kapsel funktioniert. Ich glaube, ich verliere ihn. Wo ist der andere? Ich habe ihn nicht gesehen. Guck, da macht der ganze Zeit die Attacke. Eigentlich bist du abwechselnd. Ich würde lieber was anderes machen jetzt. Ich sage es wie es ist. Das macht echt keinen Spaß. Ich mache auch keinen Fortschritt. Das ist das Schlimmste an der Sache. Ich mache einfach keinen Fortschritt. Ich kann nichts mehr sagen. Ich kann wirklich nicht mehr reden. Was soll ich da denn bitte machen? Das ist so ein Beschiss. Richtig geil, dass ich einfach nichts sehen kann. Ja. Ja. Der größte Demotivationsfaktor ist wirklich einfach, dass ich bisher noch keinen Fokus gemacht habe. Wir haben gleich eine Stunde voll. Mann, ich würde die ersten beiden Phasen wirklich nur skippen. Das würde so viel erleichtern. Ohne Witz. Back, 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 back. Hör auf. Boah. Okay. Es läuft besser. Jetzt mache ich einen Fortschritt. Weil ich besser bin, wenn ich den Erdrücken ausreichend werde. Das ist nämlich mein Fortschritt, ja? Das ist nämlich mein Fortschritt. Ich bin wer von interpolplantera. Das ist denn somit schon hier. Ja. Oh Gott. Oh, ich bin tot. Bin ich nicht! Bin ich doch! Bin ich nicht! Bin ich nicht! Falsche. Ja. Muss überhaupt. Ich kann's in der Luft halt nicht aktivieren. Ich muss dafür auf dem Boden stehen. Das ist halt das Nervige. Mach doch! Alter. Ich seh das doch nicht! Geil. Geil. Richtig geil. Ja was soll ich da machen? Nichts. Leute, wir treffen. Ach so, ja das macht Sinn. Ich glaube jetzt habe ich das Spiel erst verstanden. Wieso? Natürlich kriege ich die Heilung erst davor, nicht danach. Hä? Hä? Weil genau jetzt die Autos kamen, dass er sich voll wissen konnte, ne? Ist klar, Spiel. Ist klar. Wo ist denn der? Ach der war gar nicht dabei? Der ist alleine machen alles. Äh, ist klar. Das ist klar, Mann. Das ist vollkommen verständlich, ey. Kein Ding. Ja, ist klar. Ja! 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 Wieso? Jetzt mal ernsthaft erklärt bitte, wieso? Verstehen? Null. Und wo ist meine Heilung? Hä, wieso? Wieso überhaupt? Sinn? Logik? Ja. Erklärt wird es nicht. Es ist nur, ja es existiert irgendwo angeblich, angeblich eine Logik, aber von der wissen wir alle nichts. Keine Ahnung, ob die wirklich, wirklich existiert, also soll angeblich. Hab ich auch noch nie gesehen, keine Ahnung, ob die wirklich existiert. Oh mein Gott, nächste Phase! Oh mein Gott! Fortschritt noch! Zu lange Zeit. Okay, Konzentration. Jetzt müssen wir konzentrieren. Weil das ist extrem schwer. Shit. Also es ist insgesamt einfacher als es gerade, aber es ist trotzdem nicht einfach. Vor allem nicht, weil ich nur einen angreifen darf. Den da. Den gelben Dude. Das macht es halt so schwer jetzt. Vor allem wegen der Zeit auch. Hä? Da bin ich nicht getraut wegen dem anderen Dude. Hä, was denn? Alter! Wot der hell? Zeit passt. Oh, ooooh, naaa. Alter, wie viel Damage! Yo, let's go! Nein, du kommst mir nicht, du kommst mir nicht Nein, ich habe einen anderen Ohohoho Bam Ist das tot? Ist das vorbei? Noch nicht Bam, jetzt aber Nein Doch Oh, ich habe wieder einen Glitch, glaube ich Ja, ich habe wieder den Glitch Großer Ich habe wieder den Glitch Ich versuche den Glitch auszulutzen So, das, ja, das hast du mir erzählt Hä, lol Laut dem Spiel bin ich schon in der vierten Phase Weil ich dem anderen Stülpen hier, der hier schon so viel Damage gemacht habe Ja, geil Also, das ist richtig gut eigentlich Oh, er macht die gleichen Attacken aber noch Bevor das Spiel schon denkt, ich bin in der anderen Phase Keine Ahnung, ob ich das jetzt gut oder schlecht halten soll Ich muss mich auf jeden Fall konzentrieren, weil das ist auf jeden Fall jetzt eine neue Situation für mich Oh, jetzt machen sie die Attacken Jetzt bin ich auf die... Ne, der andere immer noch nicht Wo ist er? Wasser? Macht mal eure... Ja, jetzt machen sie die Attacken Okay, Schnauze Jetzt doch nicht? Hä, der andere ist Phase 3 mit seinen Attacken Der hier Das ist übelst verwirrend, ne? Übelst verwirrend, dass du die... Ja, Junge, das kann man nicht kombinieren Das ist nicht so gedacht Alter, die sind beide in der anderen Phase Was ist das, Duck? Das kann man so nicht spielen Oder? Was meint ihr? Jetzt checkt er erst, dass der andere Phase sein sollte Okay, Schnauze jetzt Gibt da irgendwie auch noch ein Leben? Nö, warum auch? Ich bin in Teil 2017 Nämlich rechte Kreatage Ja, durch andere Ist das ACTUALLY Wer hindern aber levanten Wegen' dem Bug Einfach nur wegen nem dummen Bug Wegen' dem tummen Bug Hä, WAS?! Achso Das ist nicht kon smaller kommen jetzt die Vögel wenn die Vögel kommen, ist das letzte Phase dann kommt Phase 5, wenn die Vögel kommen was passiert hier? Kamera ok, da sind die Vögel, letzte Phase und ich bin tot der ist immer noch in seiner fucking vierten Phase, Junge der ist immer noch in seiner vierten Phase, Mann weg, 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 die Vögel oh Gott töt ihn endlich wie ein verdammtes Leben muss er denn bitte noch haben oh nein ich hab keine Zeit mehr ist klar, ne stirb doch ich hab's verkackt die Zeit geht aus ja, die Zeit wird jetzt ausgegangen hö, habt ihr das gesehen? wie war wohl ich mit in die Luft geschleudert? what the hell? habt ihr das gesehen, Alter? warum greifst du ihn an? ich war doch links geil einfach nicht geil boah, wie ich dem ausgewichten würde, Alter let's go yo yo, yo, weiter geht's, weiter geht's bam jetzt kommt letzte Phase wo ist die? kommen sie jetzt mal? die Vögel? alter jetzt aber nein, ich bin tot ja, cool dankespiel, dass ich voll was gegen tun konnte das ist halt das schlimmste von allen hallo, ich war in ihm drin ich kann das nicht zählen ich kann das nicht zählen ja, klar und jetzt auch noch die Autos ja, ist klar ja, entspann dich mal spiel ist gut ist gut, tut's hallo hallo wo ist er? das ist vorbei, ist vorbei ja wenn ich mal wieder in der Phase, wo ich was machen will mich raus diesen Monat noch ganz zack okay muss ich konzentrieren ich bin kurz ruhig ja, das ist ganz wichtig nein okay der hat 3. Juni krass hast du wahrscheinlich schon wieder gesagt aber ich hab's wieder vergessen oder ist dann kommen die Eulen jetzt nein wo der hell und das schlimmste ist wo ist meine Heilung hm Spiel Heilung schon mal da ran gedacht ey ich kann wirklich einfach nicht mehr das braucht mir jeden einzelnen Nerv den ich hab vor allem noch in der Sommerhitze Digga greif doch den anderen Spaß Mann an der kletzler vor 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 zum También ich mache mein Spiel an Spiel an und das ist das erster was ich sehe ok merke ich mir wow wow Damn! Okay. Da komm. Okay. Bam. Fallshelfer. Drei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Ich bin tot. Sieben weg. Sieben. Oh, hat nicht gezählt. Acht. Neun. Zehn. Letzte Phase. Ich hab kein Leben mehr. Ja. Du, hab ich immer gesehen. Bro. So Bullshit. Das ist halt wirklich so Bullshit. Okay. Vierte Phase. Von fünf. Oder so. Das ist ganz ruhig. Mit full life. Das ist kacke. Sind beide direkt nebeneinander. Oh. Bis. Oh. Bum. Bum. Großer. Großer. Bum. Oh. Oh. Boah. Oh. Du gehst Edition, der andere Wigbewegse. Muss jetzt ganz leise sein. Letzte Phase. Full life. Der Springt. Einmal machen wir nichts. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ist egal. Drei Treffer. Das hab' ich getroffen. Egal. Drei Treffer. Der Hell. Okay. Ich hab' ihn. Yo! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo ist das andere, wo ist das andere? Das da. Okay, entspannen, entspannen, entspannen. Ich hab' das, ich hab' das. Ich bin so aufgeregt. Jetzt kann ich ihn endlich killen. Ich hab' das. Mein Herz. Das halt ich nicht aus. Ein Leben hat er noch. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. I hate youuuu. Oh mein Gott. Und dich. Oh mein Gott. Ich bin am Zittern. Ich saß so viele Stunden an diesem Kampf. Nur für diese eine Mission. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich war wirklich viele Tries kurz davor aufzugeben. Oder halt mit... Naja, mit Peace and Tranquility. So heißt es auf Englisch. Mit Ruhe und Frieden Modus. Das ist einfach durchzumachen. Ja, jetzt muss ich es nochmal schaffen. Nur... Darf ich jetzt wieder beide angreifen? Und... Ich dachte irgendwie... Mit mindestens 100 Sekunden verbleibend... Stopp, 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 stopp. Ich dachte mit 100 Sekunden verbleiben wäre es schwieriger. Aber ich glaube das ist wirklich einfach nur... Wir siegen beide so schnell wie möglich. Der Kampf so ist wie 6 Minuten. Und ich glaube... Hiermit wird es wie 2-3 Minuten. Ja, mal schauen wie lange ich dafür brauche. Ich kann beide angreifen endlich. Bei dieser Sache übrigens immer von links nach rechts rennen. Das ist das einfachste. So könnt ihr am einfachsten beide treffen. Tender Tipp an euch. Falls ihr das auch machen solltet. Das ist auch der Grund. Warum auch immer ihr das antun solltet. Wie einfach dieser Kampf auf einmal wird. Ohne Witz. Okay, jetzt muss ich aber leise sein. Weil... Was heißt leise sein? Das nicht labern. Weil... Hier muss ich mich jetzt Speedrun beeilen. Und ich weiß nicht ob der... Der Hut dazu zählt. Ich gehe jetzt einfach nicht davon aus. Ich kämpfe einfach so wie ich sonst tun würde. Okay. Sehr gut. Bisher. Sehr gut bisher. What the hell. Erster Try, maybe? Okay, jetzt nicht mehr. Bum. Obwohl. 50 Sekunden für die letzte Phase? Das ist richtig gut. Na okay. Masse. 50 Sekunden. Je nachdem wie lange wir jetzt brauchen hier herzukommen beide. Also der Penguin kommt schon mal schneller her. Nice. Das war richtig knapp. Oh, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht ausweichen. Nein, das kann ich nicht. Ab ihn. Ich hab' ihn getan. 25 Sekunden von den anderen. Ich hab' ihn geschafft. 25 Sekunden von den anderen. Ohne Hit. Ja, Kansache. Wieso? Geh doch weiter! Ich muss ja einsammeln! Wollt ihr einen Ticken? Wow, ich hab's aber First Try geschafft! Hä, das war irgendwie... Okay, vielleicht wegen der ganzen Übung von... Ne? Jetzt eine stundenlange Arbeit. Aber das war jetzt wirklich First Try. Yes! Ich bin finally da! Ich bin diesem blöden Bosskampf! Nimm das! Ich hab's geschafft! Wahrscheinlich ist die Folge jetzt schon viel zu lang. Vielleicht auch sogar Überlänge, also... Lass auf jeden Fall Like da. Und lass... Auf jeden Fall Like da. Und lass auf jeden Fall Like da. Keine Ahnung, seid mal nächstes Mal wieder dabei. Bei Head & Time. Ich geh mich erstmal abregen.